Die letzte Stadt der Menschheit wurde angegriffen, beziehungsweise die letzte Stadt ist ja nicht nur die Menschheit, es sind auch noch andere Spezies, die sich hier niedergelassen haben. Zwei Tage später ist es nun und wir sind derbst angeschlagen und da oben sehen wir schon die ersten Kabale, die sich hier niedergelassen haben. Bin ich eigentlich bewaffnet? Sieht nicht so aus. Doch, ich habe eine Waffe auf dem Rücken, aber damit kann ich im Moment nichts anfangen. Sieht nicht gut aus hier. Da haben wir eine von diesen Landungskapseln. Mein König reicht für so einen Arschgaul, der mich jetzt hier rausholt. Wo ist mein Geist? Aber mein Geist wird wahrscheinlich sowieso nicht funktionieren, weil ich ja keine Energie mehr habe, kein Licht mehr. Das wurde mir ja geraubt. Deswegen bin ich wahrscheinlich sowieso voll der Krüppel und kann überhaupt nichts tun. Wahrscheinlich nicht mal mehr Granaten werfen. Wahrscheinlich nicht mal mehr springen, keine Ahnung, nur noch einen normalen Sprung vielleicht. Und was ist denn lang? Da unten durch? So unglaublich langsam. Oh oh, obwohl das müsste eigentlich, das müsste eigentlich ein Hüter sein. Das ist, glaube ich, keiner von den Kabalen. Wobei ich die Sprache nicht verstehe, ist vielleicht doch einer von den Kabalen. Oh ja, das sind Kabale. Okay, dass sie den Reisenden korrumpieren und seine Macht wollen, das verstehe ich. Aber warum sie sich jetzt hier niederlassen in der Stadt der Menschen? Ist das Gaul? Ich höre meinen Geist. Er ist nicht tot. Da hinten ist er, oder? Hat er eigentlich einen Namen oder ist er einfach nur Geist? Ich nenne ihn Tyrion. Ja, du lebst, das ist das viel größere Wunder. Klasse, eine Waffe ohne Munition, die habe ich scheinbar auch verloren. Ja, ein Wunder, dass du noch lebst ohne Licht. Wehrlos sind wir jetzt nicht, würde ich sagen. Also, naja, gut, wir haben keine Munition. Insofern sind wir schon wehrlos, aber wir sind schon ziemliche Kampfmaschinen. Also, nur weil man uns jetzt die Waffen beraubt hat, würde ich die uns nicht als wehrlos und unschuldig bezeichnen. Wir sind schon ziemliche Kampfmaschinen. Ja, ich bin Partner auf Twitch, Hunter. Und auf YouTube, sofern man das sein kann, auch, ja. Schöne Musikuntermalung diesmal. Das bin mir aus dem ersten Destiny nicht so bewusst. Gefällt mir. Bis dann, Yokai. Bis dann. Wird mich freuen, wenn du mal öfter wieder reinschaust. Huch. Ja, das ist aber ein großer Vogel. Ich streame öfter. Du könntest mich ja mal hosten. Ich verstehe sowieso nicht, warum du mich nicht hostest. Hm? Kleiner Seitenheb. Oh, scheiße. Das sind alles Hüter. Aber, komm, seien wir mal ehrlich. Ihre Kräfte hatten Sie keine Chance. Tun mal nicht so, als wären die Hüter hier so... ...als wären die so unschuldig. Wenn du stirbst, ich kann dich nicht wiederbeleben. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Ich meine, ja klar, die haben... Sie waren jetzt wehrlos, dadurch, dass sie der Macht beraubt wurden. Aber, nur weil ich einem Soldaten seine Waffe nehme, ist er deswegen nicht direkt unschuldig. Du kannst doch Autos anmachen, Yokai. Habe ich bei dir auch. Oh, ne Waffe. Ja. Ne Maschinenpistole, aber ich hasse Maschinenpistolen. Die waren richtig kacke in der Beta. Naja. Oh, neuer Gegnertyp. Okay. Scheinst du, als wäre ein Kabale nicht unser einziges Problem? Kriegsbist. Das ist aber ein interessanter Name. Interessant, dass die Munition fallen lassen. Haben die die in ihrem Arsch? Oder woher kommt die Munition? Oh, ein netter Backflip. Oh, ich habe auch wieder Munition für meine Pistole. Folge deiner Vision. Okay. Ach, ist das unsere Vision gewesen? Dieses, äh, dieser Vogel, den wir dort gesehen haben scheinbar. Ja, Yokai ist ein Streamer und auch YouTuber, aber größtenteils streamt er. Yokai hat auch einen sehr schönen Kanal. Kann ich nur empfehlen. Dämmerbruch, eine Woche nach dem Angriff. Okay, es sind schon wieder weitere fünf Tage vergangen. Schon wieder dieser Falke. Folgt er uns? Ah, der. Oder folgen wir ihm? Na ja, da war ja auch ein Falke, den wir in der Vision gesehen haben. Aber der war irgendwie ein bisschen leuchtender, als der jetzt hier. Wohin bringt er uns? Und wer ist der Falke? Soll ich hier runterspringen? Das sieht irgendwie ziemlich tödlich aus. Sag ich's doch. Das sah ziemlich tödlich aus. Ja, und unser Geist kann es nicht wieder beleben, wie er eben gesagt hat. Das heißt, wer weiß, wo wir jetzt wieder einsteigen. Oder ist es jetzt Sperma-Death? Und ich muss alles wieder von vorne machen? Nein, Glück gehabt. Was ist, wenn ich den Falken erschieße? Okay, er ist nicht wirklich beeindruckt. Guck mal, lauf mal was schneller, damit ich checke, wo ich hin muss. Vielleicht gibt mir der Falke ja irgendwie einen Tipp. Oh, der ist verdammt schnell. Ach, hier muss ich hoch. Okay, den Weg hab ich nicht gesehen. Dann bin ich wieder mal komplett blind. Schaut mal, der Reisende. Na, den haben sie wohl fest im Griff. Ich frag mich, warum der Reisende sich nicht gewährt hat. Der ist doch so mächtig. Hat so viele Hüter seine Kraft gegeben. Und ist nicht in der Lage, sich selber zu schützen. Schon ein bisschen komisch. Also die Musik ist echt richtig nice. Muss ich dir auch wieder zustimmen, Yokai. Wie gesagt, also das bin ich vom ersten Destiny gar nicht so gewöhnt. Also klar gab es auch Musik, aber dass sie so richtig episch war wie jetzt, nicht schlecht. Gefällt mir schon mal richtig gut. Oh, da haben wir... Sind das Kabalhunde? Die scheinen ja irgendwie für ihn zu kämpfen. Und das. Die Pistole ist irgendwie nicht so der Burner. Zumindest nicht, wenn man nicht trifft. Hallo, ich bin doch drauf. Na, lauft nur. Läuft nur da vorne, Feiglinge. Feigenschweine im maßenen des Wortes. Sie sehen wirklich ein bisschen aus wie Wildschweine. Nur, dass sie ein paar mehr Stacheln haben. Ah, der Hunter schreibt gerade in Twitch, dass das wohl von einem Orchester eingespielt wurde. Der Soundtrack, ja. Das klingt auch echt gut. Klingt richtig gut. Und bevor ich jetzt hier wieder sterbe, lücke ich lieber zweimal nach, dass ich hier auch den richtigen Weg laufe. Ah, die Gegend gefällt mir richtig gut. Ist irgendwie viel, ja, belebter jetzt auch nicht wirklich, aber irgendwie sieht die deutlich, ähm, ich nenne es mal organischer aus als in Destiny 1. Und da haben wir wieder den... Nein, ich hab ja keinen Doppelsprung. Oh, nein. Bin ich jetzt in den Tod gestürzt wieder mal? Nein. Scheinbar war es gewollt. So schnell gebe ich nicht auf. Keine Angst, Hunter. Ich bin Hawthorne und das ist Luis, unser bester Pilot. Wie steht's? Kommt ihr mit? Dann brauchst du die hier. Jawohl, nice. Der Poutgun. Dann mach dich mal nützlich, Hüter. Okay, Leute, starten wir. Ist die denn auch ein Hüter? Oder sind das nur normale Menschen? Hüter scheint es ja jetzt nicht mehr so viele zu geben. Die meisten sind ja wohl abgeschlachtet worden. Der Helft mir empfehlen, Hunter. Also ich bin echt für jeden Tipp dankbar. Oder für jeden Host oder was auch immer. Irgendwie wie ihr mich unterstützen könnt. Siehst du... Reichweite zu bekommen ist halt nicht so einfach. All meine Taten Schenke mir dein Licht Nimm deinen Platz in meinem Reich ein Ich Und die Rot-Legion Werden deine wahren Hüter sein Dominus Die Stadt ist gesichert Wir jagen die Flüchtigen Und wer geblieben ist, wurde eliminiert Der Sieg Du bist ja ein ganz hübscher Ist dein allein Dieser Sieg gebührt dir wie mir, alter Freund Nun bleibt uns nur die Fertigstellung des Käfigs Dieser große Maschine Dann können wir ihre Macht extrahieren Und sie rechtmäßig nutzen Sie nehmen sie der Reisender Ich würde behaupten, dass andere Zivilisationen bessere Namensgeber werden Hallo Nico Erzähl den Punkt Ihre Funktionen können kontrolliert und ausgenutzt werden Das haben wir bewiesen Und doch sehen sie sie als Gods Dominus Garl Wir haben gemeinsam Du und ich Für den Aufbau unserer Gesellschaft gesorgt Und unser Volk neu geformt Wir mussten retten Was durch Kalusgier und Verderb Verstört war Nichts in diesem Universum Ist größer als du Der Rot-Legion Gewürt die Macht dieser Maschine Und du wirst Imperator sein Was mehr Kann der Dominus wollen? Ich will mit meinem Gast sprechen Du bist also der Der für den Reisenden spricht Okay Tja, dann gilt es wohl Ihn zu befreien, oder? Das wird wohl unser langfristiges Ziel sein Schätze ich mal Naja, aber erstmal müssen wir uns jetzt hier Mit diesen Menschen Anfreunden und durch die Gegend schlagen Diesen Überlebenden Und die sahen mir so aus Als wären das nicht alles wirklich Soldaten Das sind wahrscheinlich einfach nur Irgendwelche Überlebende Wir erreichen die europäische Todeszone Da machen wir es uns erstmal bequem Aber Raumschiffe haben sie Nice Ah, die Gegend hier ist so schön Ah, die Gegend hier ist so schön Ja, das Problem an YouTube ist halt Dass es einfach komplett überlaufen ist Und es vor allen Dingen viele kleine und mittelgroße YouTuber Und auch Streamer gibt Die halt einfach richtig scheiße sind Und wenn du gut bist Fällst du halt unter diesen ganz vielen kleinen nicht auf Wenn nur jeder streamen würde Der es auch wirklich kann Dann wäre es auch viel einfacher gefunden zu werden Für andere So Und hier sind wir im ersten Hub Glaube ich Ich glaube das ist Ja, ich glaube hier kann ich das erste Mal Andere Spieler treffen Und die Post Willkommen zurück Ich habe keine neuen Nachrichten Wie immer Das kenne ich ja aus dem echten Leben Weil ich keine Freunde habe Okay Ich schaue mich erstmal ein bisschen um Mal gucken was es hier so an Händlern und so gibt Hm, eine Ingenieurin Schraubt rum Und tüftelt an In diesem Raumschiff Was haben wir hier Sind das sowas wie Gleiter Sieht aus wie Gleiter Bin ich auch mal gespannt Wann wir da unseren ersten von bekommen Wo wir uns dann ein bisschen schneller mit fortbewegen dürfen Wartet mal Ne Wenn Das ist das gleiche was hier ist Oder Das Das ist kein Gleiter Oder Ich wüsste nicht wo man darauf sitzen sollte Oder steuern sollte Ich habe auch keine Ahnung was es sonst sein soll Hm Inwiefern gibt es einige von den Dingern Hühnchen Kann man die kaputt machen Oder werfen So wie bei Zelda Wenn das Okay Ich kann nicht angreifen Alles gut Klar Ich quatschte mich an Er hat ja gesprochen Da ist ein Typ Hä Wer hat mich denn da angesprochen Das war doch eine Frau Ach da oben Ah Ja Gleich Wie komme ich zu dir hoch Meinen Doppelsprung habe ich noch nicht Und was möchtest du mir mitzahlen Farmaufseherin Okay Wie komme ich da hoch Ist da ein Weg Ne So was hast du mir denn Gutes zu verkaufen Oder anzubieten Soraya Soraya Hawthorne Soraya Hawthorne Die einst außerhalb der Stadt herumstreifte Diente nun als Mittlerin zwischen der Menschheit und den Hütern Ah und sie verkauft Ausrüstung für Glimmer Übrigens auch die Währung meines Kanals Ihr könnt ja mal eingeben Ausrufezeichen Glimmer Dann seht ihr euren aktuellen Ähm Credit Stand Aktuelles Guthaben Was ihr gerne ausgeben könnt Demnächst für Versteigerung und so weiter Da ist schon einiges geplant Aber dadurch dass ich Noch nicht so die Zeit dafür gefunden hatte Äh Hat sich das noch nicht wirklich umsetzen lassen Wie war es auf dem Schlachtfeld? Oh die Kryptarchen Ist auch immer interessant Tyra Karn Tyra Sorry Sind wir uns schon mal begegnet? Hm Wie? Ich höre Du suchst das Bruchstück des Reisenden Auch ich habe davon geträumt Der zersplitterte, kaputte Rand Eine Wunde, die niemals heimt Doch ich traue seine Anziehungskraft nicht Wie wir kennt auch das Bruchstück das Licht nicht mehr Nicht seit der Reisende es während des Untergangs abwarf Seit Jahrhunderten verdirbt es alles um sich herum Sein Aufenthaltsart ist nun ein Ort des Todes Wenn du wirklich gehen willst Vergiss nicht Wir Hüter sind nicht länger unsterblich Ja ja Das kommt noch Das kommt noch Ich werde alles daran setzen wieder an meine Macht zu kommen Die Historikerin und Kryptarchin Tyra Karn Dekodiert in Gramm und ist stets auf der Suche nach Schätzen aus der Vergangenheit der Menschen Ja da hat es wohl der alte Kryptarch nicht geschafft Das war nämlich ein Typ Der sonst immer in der letzten Stadt stand Die rote Schlacht Auch Tyra floh aus der Stadt und fand Zuflucht in diesem Camp Sie verlor ebenfalls das Licht Aber hat erfahren Dass du eine Vision vom Bruchstück hattest Tyra warnt dich vor den Gefahren im umliegenden Düsterwald Besonders jetzt Da du sterblich bist Nimm Tyras Geschenk und suche die Leiterin des Camps Soraya Hawthorne auf Fuck bei der war ich doch eben schon Wir sind zur Zeit leider keine Gegenstände Ja Sie hat mir noch nichts anzubieten Hat sie mir jetzt was gegeben? Habe ich jetzt was im Inventar? Oder wie sieht das aus? 10 N Gramme kann ich nur mit mir rumschleppen Das ist nicht sehr viel In meinem ersten Teil war es viel mehr Okay, habe ich jetzt den Gegenstand bekommen? Und muss mal da hoch zu der einen Tante wieder? Weil das war ja diese Hawthorne Mit ihrem Vogel Ja, mir wurde gesagt Ich habe ein Gegenstand für dich Was aber irgendwie scheinbar nicht der Wahrheit entspricht Klasse Okay, was ist unser Ziel? Ich gehe jetzt zum Orbit zurück Kann ich zum Orbit zurückkehren? What the fuck? Ich habe doch gar kein Raumschiff Das scheint hier die Schatzkammer zu sein Wo ich meinen Kram ablegen kann Erste Welle Das sieht doch ganz nice aus Stolz des Titans Flug des Warlocks Okay Was ist jetzt genau meine Aufgabe? Die Tante, die hat mir doch nichts gegeben Nimm Tyras Geschenk und suche die Leiterin des Camps Soraya Hawthorne Oder war das eben nicht Soraya Hawthorne Sondern eine andere Aber ich habe das Geschenk ja auch nicht genommen, oder? Oder liegt das hier irgendwo? Ist die Soraya die da oben? Ich weiß nicht mehr Ich glaube ja, oder? Ja, bist du? Die zum Beispiel ist ja keine Hüterin, oder? Das ist glaube ich ein ganz normaler Mensch Das ist eine normale Menschenfrau Die einfach eine Waffe in die Hand gedrückt bekommen hat So, ich muss nochmal hoch Sorry, Leute War das jetzt Soraya Hawthorne hier oben? Ich glaube schon Ja, klar Soraya Hawthorne Das ist die Leiterin des Camps Okay, irgendwie diesen Gegenstand Irgendwie bekomme ich diesen Gegenstand nicht Den sie mir da geben will Coolen Fußball Voll der Riesenfußball Oh nein, scheiße Okay Hier darf ich wohl nicht raus Hier auch nicht Aber hier ist das Tor offen Okay, jetzt stehe ich ein bisschen wie in Oh, da wäre sogar ein Tor gewesen Da auch Oh Gott Nein Wie konnte man daneben schießen? Oh, ist das eine Kiste? Ne Ist das irgendein Generator oder sowas? Hä? Bin ich so blöd? Leute, gib mir mal gerade einen Tipp Ich soll ja mit der sprechen Und die soll mir irgendwie angeblichen Gegenstand geben Steht doch da Da rechts steht es Nimm Tyra das Geschenk Und suche die Leiterin des Camps Soraya Hawthorne auf Ach so Oh, ich muss da mit dem Ich muss da drüber gehen Ja, erwerben Danke Ah Okay, ich kann das ausrüsten Verlorenes Licht Wartet mal, da war noch was Was ist denn, wenn ich hier runtergehe? Wer war der Typ, den du gesucht hast? Ah Oh, Wanderfalke Hawthorne hat dir dieses alte erbliche sanierte Sprungschiff gegeben Kann nicht gemordet werden Okay, ich habe tatsächlich schon ein Schiff Ich bin gerade erst angekommen Und kriege einfach so ein Schiff geschenkt Jo, okay Kann man mal machen Ich scheine ja wohl genug Ressourcen zu haben Um mir einfach jedem Idioten ein Schiff einfach mal direkt zu geben Der vom Himmel gefallen kommt Vom Berg gesprungen kommt So, jetzt wird sie mir doch bestimmt irgendeinen Auftrag geben, oder? Hier ist ja eine Menge los Aber Ich habe ja auch mein halbes Leben lang außerhalb der Stadt gelebt Also Egal Ich habe gehört, du wolltest dir das schrottige Überbleibsel des Reisenden anschauen Ihr Hüter und eure Freizeitaktivitäten Also Luis und ich hören immer auf unser Bauchgefühl Ich werde dich da nicht aufhalten Ich habe hier genug zu tun Nimm das Schiff, mit dem du gekommen bist Dann Kommst du schneller zurück Siehst du die ganzen Flüchtlinge? Ich habe noch niemanden verloren Mach mir meine Statistik nicht kaputt Wenn das deine einzige Sorge ist Seht ihr denn, im Hintergrund sehen wir das schon Dieses Wrack Die Rote Schlacht Hawthorne bevorzugt ein einsehlerisches Leben außerhalb der Mauern Dennoch übernahmen sie die Verantwortung für das Camp Um den Flüchtlingen aus der Stadt zu helfen In diesen unbekannten und gefährlichen Landen zurecht zu kommen Sie möchte auch dir helfen Indem sie dir ein Schiff für deine Reise gibt Folge deiner Vision zum Bruchstück des Reisenden Indem du die Mission Funke In der ETZ Das ist denke ich mal die Europäische Todeszone Abschließt Ja, das klingt ja sehr einladend Hier würde ich auch ein Camp errichten Wenn das ganze Europäische Todeszone heißt Navigator verfügbar Hawthorne hat dir ein Sprungschiff geschenkt Den Wanderfalken Mit diesem Schiff kannst du nun die Farm hinter dir lassen Und sogar zu anderen Welten reisen Benutze den Navigator, um neue Missionen auszuwählen Orte zu finden, deine Meilensteine anzusehen Oder mit deinen Freunden zu interagieren Ist der Navigator dann sowas wie der Orbit? Verbessert die Schilder endlich Ne Achso, ich muss es halten, oder was? Ah Verstehe Du rücke L2 in Meilensteine anzusehen Diese zeigen und leiten deine Fortschritte Die rote Schlacht Schließe die Mission Funke in der ETZ Also sind die Meilensteine wahrscheinlich sowas wie die Quest Also die Hauptquest wahrscheinlich Okay, da ist die Übersicht Karte ist hier nicht verfügbar Die Farm Achso, ich bin jetzt hier auf der Farm Ich bin gar nicht auf der Erde Ich dachte die Farm wäre auf der Erde Was ist denn jetzt passiert? Irgendwie ist das Spiel gerade abgestürzt Hä? Irgendwie kann ich nicht mehr steuern Oder? Aber, liebes YouTube Von euch möchte ich mich für heute sowieso erstmal verabschieden Vielen Dank fürs Einschalten Ich hoffe ihr seid das nächste Mal Ich hoffe ihr dabei hier bei Destiny 2 Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Euer Silent Headshot